Stefan Leiner ist wieder da. Nach seinem verlängerten EM-Urlaub nahm der Österreicher am Mittwoch erstmals wieder am Training teil und mischte gleich voll mit. Anschließend äußerte er sich zu seinem neuen Trainer Adi Hütter. Ich glaube, das ist ein Punkt, der wichtig ist, dass ein Trainer mit Qualität da ist und der eine Marschroute vorgibt. Auf das bin ich gespannt und auf das freue ich mich. Aber grundsätzlich gefällt mir die Intensität. Ich habe gestern zugeschaut, wie marschiert wird im Training und da hat er sicher frischen Wind reingebracht und das ist einmal sehr positiv.